JFT, just fair and direct. In dem 80er Bereich bin ich tatsächlich long gegangen und habe mir ein paar Punkte rausgeschnitten, weil eben auf der Oberseite noch nicht die 15.705 kam und dann kam sie dann tatsächlich ein paar Minuten später und da habe ich dann die Trades einmal, ich glaube 17, einmal 12, einmal 6 Punkte, also drei Positionen waren es, glattgestellt und habe mich noch gefreut, habe dem Devisenrad da gelauscht und sehe dann mit einem Auge, oh, es fällt. Und habe dann versucht, hier an der Gap-Kante nochmal einen Long zu zünden, bin gleich wieder rausgeflogen und bei der 15.600, da bin ich auch wieder rausgeflogen, also diese Gegenbewegung hier unten, die konnte ich gar nicht mitnehmen und insofern war der Gewinn, den ich hier oben gemacht habe, hier unten auch schon wieder weg. Ich stehe also mit leeren Händen und leerer Kaffeetasse heute vor dir, mein lieber Markus. Ich stehe mit einer Mücke im Gesicht vor euch. Ach, deswegen, was will er mir sagen die ganze Zeit? Hallo, wir sehen dich doch. Irgendwas. Ja, mir ging es ja ähnlich, also ich habe ja oben, ihr habt es im Live, im Stream heute mitbekommen, Dax Long oder Short, dass der 700er-Bereich recht gut mal Short gehen kann und in Richtung Gap Close, also da ist noch ein bisschen Luft nach unten, das war eigentlich mein Ziel, beziehungsweise wenigstens in die Tageshochs vom Freitag hineinlaufen, das passierte ja dann auch, da kam jetzt die erste Gegenbewegung und nun geht es ja idealerweise vielleicht sogar noch ein Stück weiter nach unten. Mein Problem war dort oben, ich hätte den Re-Entry machen müssen, aber ihr habt es ja gesehen, ich bin dort im Stream live, muss danach immer nach dem Stream noch so ein paar Dinge im Stream ändern, habe das dann nicht so richtig mitbekommen, habe zwar noch ausgescaled, weil dann wurde ich erstmal ausgestoppt und hätte dann drei Minuten später ein wunderbares Re-Entry-Signal bekommen, welches ich nicht nahm. Und dann kam die Bewegung, welche schlussendlich dort jetzt schon irgendwie ja 10R oder sowas produziert hätte. So ist es halt, so ist es in den letzten Wochen auch mir des Öfteren passiert, dass ich quasi die Idee sehr, sehr gut war, aber dann nicht zumindest auf diesen kleineren Konten die Umsetzung dann eben auch noch hinbekommen habe. Die Konten haben dann natürlich auch von der Präferenz her nicht gerade die höchste und von daher muss man damit leben. Aber wichtig für euch ist ja, dass ihr habt ja die Zeit, das ist das Gute, ihr habt die Zeit, ihr könnt das Ganze, was wir hier versuchen zu kreieren, natürlich noch mit mehr Ruhe umsetzen. Man muss sagen, es ist immer eine große Herausforderung, wenn man live auf YouTube oder auf Twitch oder wo auch immer ist und sich dann auch noch, ihr kennt das wahrscheinlich hier noch nicht, also wir haben ja wirklich dann viele Bildschirme, wir müssen uns um viele Einstellungen kümmern. Man muss dann eben gerade, wenn so ein Webinar geschlossen wird, dann danach noch einiges machen, dass das auf YouTube vernünftig funktioniert, dass das vernünftig hochgeladen ist, dann eben und so weiter. Also da gehört immer eine ganze Menge dazu und dann noch live handeln. Das ist immer sehr spannend und von daher, ja, so ist es halt. Also das ist nicht so schlimm, also mich stört das absolut nicht und ich freue mich, wenn ich euch dort entsprechend die Signale geben kann, die Ideen geben kann und wir schlussendlich jetzt aus dem Signalbereich Short 750.700 jetzt mittlerweile im 5600er Bereich sind, also 100 Punkte dort ohne Probleme. Man sieht ja, man sieht ja die Abwärtsbewegung, das muss man dann schon hinbekommen, dass man quasi, wenn man die Signale hat, wenn man eben in den Trade reinkommt, dass man dann eben auch nach gewissen Herangehensweisen solch Bewegungen entfolgen kann. Das sollte dann auch eigentlich nicht so schwer sein. Genau, also für mich ist diese 15600, das war ja hier mehrfach eine Unterstützung, Dreh- und Angelpunkt, immer mal wieder ein kleiner Widerstand und jetzt könnte es, wenn wir die unterschreiten und das Gap, das ist hier unten diese Fläche, wenn wir wirklich das Gap zu Freitag schließen, könnte das auch wieder der größere Widerstand im Markt bleiben und heute Morgen in meiner Morgenanalyse, das sieht man auch auf Research ganz gut, hatte ich die 15700 als den letzten Widerstand vor dem Allzeithoch skizziert, denn wenn man im Stundenchart sich das anschaut, 15700, da kommt ja nichts mehr, da ist noch ein kleines Gap, ja, aber ansonsten ist hier auf der Oberseite dann das Allzeithoch, es ruft sozusagen. Also von hier waren es dann weniger als 1% im DAX, aber wir sind wieder zusammengefaltet worden und insofern hätte, wäre, Fahrradkette und so weiter, du sagst es schon richtig, man schaut ja nach vorne, entwickelt weitere Trades, der eine oder andere nimmt hier was mit, das ist ja keine Handelsempfehlung, sondern das ist ja nur unsere Sichtweise, die wir hier darstellen und bin gespannt, ob wir uns jetzt hier stabilisieren. Das würde insgesamt ganz gut passen, wenn wir uns hier stabilisieren, weil man dann über die Tiefs von letzter Woche auch eine kleine Aufwärtstendenz zeichnen kann und mit neuem Schwung dann so durchläuft. Denn die ersten Bewegungen in einer neuen Woche und auch in einem neuen Monat, das kam ja heute zusammen, hat man auch relativ selten, dass Montag-Wocheneröffnung auch Monatseröffnung ist. Da kommt viel Kapital rein in den Markt und das führt dann oftmals dazu, dass das so ein bisschen explosiv durch die enge Tür will und ja, wie so eine kleine Mücke, die versucht dann zu flüchten. Hoffentlich, die versucht zu flüchten hier. Hoffentlich, also Wahnsinn, weil du belagert warst früher von den Damen, heute von den Mücken, aber es sei dir gegönnt. Also hier warte ich auf alles. Früher habe ich gestochen, heute werde ich gestochen. So ungefähr, ja. Also hier wird es jetzt spannend und im Moment sieht es nicht danach aus, als ob es ein Boden ist, weil nämlich das nur eine kleine Gegenbewegung jetzt hier dargestellt hat im 5 Minuten Chart. Also wenn wir neues Tief machen, dann verkleinert sich das Gap. Das war ja erst ein bisschen größer. Ich habe mir das ja quasi heute Morgen zur Eröffnung noch so hingelegt. Das ist dann immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner geworden und das könnte durchaus dahin schmelzen. So wie das Gap, was wir in der letzten Woche hier hatten zum Donnerstag. Die anderen Gaps aus der Vorwurfs sind ja alle geschlossen worden. Das zum Donnerstag, dieses sogenannte Amazon Gap, das sah ja am Morgen, am Freitag auch noch so aus, ist dann kleiner geworden im Laufe des Vormittags. Hat sich dann auf den Stand hier zusammengezogen und dann nachmittags kleiner, kleiner, kleiner und so viel ist dann übrig geblieben über den Widerstand. Und direkt zur Eröffnung haben wir das Gap geschlossen und uns über diesen Abwärtstrend gedrückt. Also diese Zone kann ich hier aus dem Chart rausnehmen, soll ja auch nicht zu bunt werden. Man soll ja den Wald vor lauter Bäumen also noch sehen und erkennen können. Und das ist dann das letzte Gap, was wir hier zurück haben. Und hier unten, das ist kein Gap, sondern eher eine Unterstützungszone, die ich im Markt behalte. Also das wird spannend, wie das Ganze hier weiter sich vollzieht. Aber du hast ja auch im Euro-US-Dollar noch was gestartet. Ist das noch im Depot oder ist das auch schon rausgeflogen? Nein, das ist auch schon raus. Also da hatten wir ja ebenfalls einen Widerstandsbereich, wobei ich da der Euro, da muss man ja so ein bisschen aufpassen. Der war ja wirklich sehr, sehr stark long in der vergangenen Handelswoche. Da war das so ein aggressiver Gedanke. Ich muss mal kurz reingucken. Ich schreibe hier auch gerade die nochmal mit dem Team dort. Schauen wir mal kurz rein in den Euro-US-Dollar. Ja, der hängt immer noch drin. Ich weiß nicht, du kannst ihn ja vielleicht mal kurz darstellen. Du kannst auch deinen Bildschirm teilen, wenn du magst. Das war hier der Gedanke des Euro-US-Dollars. Also diese zwei Bereiche, wir waren ja heute Morgen quasi, ich zeichne das mal ein, da waren wir, hier war früh schon, da waren wir schon im Stream. Dann kam auf einmal eine relativ scharfe Aufwärtsbewegung. Und ich hatte mir vorher schon in meiner Marktvorbereitung diese zwei turkisfarbenen Bereiche herausgesucht, die potenzielle Bereiche wären, um hier short zu gehen für den heutigen Tag. Und wir sehen, dass diese Bereiche erstmal, die man sich da heraus sucht, irgendwo schon eine gewisse Relevanz haben. Der erste Bereich wurde direkt durchlaufen. Also da gab es nicht mal einen Trigger, nicht mal ein Signal, überhaupt short zu gehen. Und der zweite Bereich wurde dann angelaufen. Da sind wir dann, da habe ich heute im Stream, dann bin ich zum Markt gekommen und habe gesehen, oh, da läuft der Markt ja stark nach oben. Und dann hatte ich hier in dem Moment, da sind wir, glaube ich, hier schon nach unten gekommen, hatte ich hier dann nochmal so ein Verkaufslimit reingelegt, welches dann erstmal noch nicht getriggert wurde, ging der Markt nochmal nach unten. Und dann hier hat es dann getriggert, dann pendelte der Markt hier zwischen Long und Short hin und her. Ich habe dann, das muss ich kurz überlegen, in einem Euro-Estol habe ich nicht ausgescaled. Hier habe ich nur den Stop dann nochmal ein Stück weit nachgezogen. Der lag hier oben, also der wäre trotzdem getriggert worden hier. Da lag der Stop. Und ich habe dann, wo wir dann hier nach unten liefen, weil mir das auch zu sehr shoppy war, der hätte sich eigentlich auch relativ schnell bewegen sollen, habe ich den Stop ein Stück nachgezogen und habe hier da minimal verloren. Also es war ja weder im DAX noch im Euro jetzt hier, dass ich da wenig, viel verloren habe. Jetzt pendelt der Markt genau zwischen den zwei Bereichen hier hin und her. Hier muss ich jetzt erstmal abwarten. Also ich bin eh eigentlich relativ konservativ montags im Gold, in den Währungen etc. unterwegs. und bin ja da wirklich entspannt und habe jetzt mal den Versuch gewagt, weil einfach auch dieses Momentum kam. Das hat so ein bisschen dazu eingeladen, da mal reinzugehen. Ich denke, das hängt auch so ein bisschen mit der europäischen Schrägstrich deutschen Markteröffnung zusammen, dass da mal kurz ein paar Positionen in den Markt geknallt worden sind. Und ich habe da dieser kurzfristigen Stärke nicht ganz so geglaubt, ähnlich wie es dann halt im Endeffekt hier im DAX war. Und ja, hier ist es ein bisschen ärgerlich. Ihr seht das hier oben nochmal, dass ich da wirklich fast auf dem Hoch raus bin, und dann halt den Re-Entry verpasst habe, der wunderbar kam. Also wenn man jetzt hier, das, was wir sonst im Live-Training immer besprechen, ist ja jetzt irgendwie so eine Abwandlung dessen. Wenn man eben auf die Trigger schaut und dann kam halt hier oben in diesem Bereich halt entsprechend nochmal der Trigger, das war dann hier. Und dann kam der Markt dann sogar nochmal ein Stück weit nach oben, hätte einen hier irgendwo mit seinem Limit mitgenommen und dann zack, abwärts. Aber wie gesagt, hätte, hätte, Fahrradkette ist in dem Fall nicht. Einstieg, ich habe ausgeskillt noch in diesem Fall sogar. Also habe hier den Verlust noch reduzieren können. Und dann bin ich hier oben mit dem Rest rausgeflogen. Und ja, dann ist es das so. Also zwei kleine Mini-Verluste. Und den ersten großen Gewinn, der früher oder später so dann auch logischerweise kommt, der ist jetzt erstmal noch davon geflogen. Und jetzt muss man sich überlegen, was man macht und wo man da eventuell entgegenhält. Fakt ist, dass wir erstmal Volatilität haben. Das ist schön. Und da könnte man sich jetzt eben auch überlegen, wie du schon eben sagtest, wir haben jetzt das Gap-Kloss hier unten vor der Tür, ob sich das eventuell lohnt, da unten eben mal darüber nachzudenken, sich da mal mit der Long-Seite zu beschäftigen. Das wäre natürlich jetzt eben mal ein Punkt, der ja durchaus interessant wäre. Wobei bei so einer Volatilität, wenn der Markt nach oben mit einem Gap eröffnet und dann quasi das Gap vom Vortag schließt, dann hätte er vom Top aus 150 Punkte nochmal nach unten zurückgelegt. Und das sieht dann schon eher wie so eine Hammer-Candle aus, im größeren Signal- oder Shooting-Star heißt das ja in dem Falle. Hammer wäre ja auf der Unterseite. Deswegen denke ich, dass dann so ein Umschwung stattfinden könnte und wir durchaus nochmal die Vorwochen-Tiefs in Augenschein nehmen. Da sind ja viele ernüchtert, die gleich zum ersten Kurs kurz nach neun Uhr reingehüpft sind. Definitiv. Also wir hatten ja am Wochenende mit der Trading-Woche-Analyse darüber gesprochen. Ich habe es heute Morgen auch nochmal reingeholt. Wir haben ja diese Situation dieser Saisonalität aktuell. Und das darf man natürlich nicht vergessen. Und man zeigt ja genau das, was wir am Wochenende schon besprochen haben, dass ich denke, dass es zumindest auch der DAX, die US-Märkte sind ja grundsätzlich charttechnisch eh so ein bisschen stärker als der DAX aktuell, auch was das Trendverhalten betrifft. Aber der DAX eben genau so eine Punkte wie heute. Wenn der markante Hochpunkte anläuft, dass er es dann eben meistens nicht schafft, die zu durchlaufen, sondern statt Breakouts eben False-Breakouts zeigt. Und das ist jetzt, mit Bravour zeigt er das Ganze. Auf der anderen Seite sehe ich das Ganze jetzt als solches. Ja, klar, wir sind jetzt dann 150 Punkte vom Hoch weg, aber wir sind jetzt wirklich richtig scharf laufend. Und wir sind halt nicht so langsam dröppelnd nach unten gehend, sondern guck mal, wir haben jetzt 10.20 Uhr. Seit einer Stunde 20 läuft das Ganze. Vorher ist es ja auch erst mal nach oben gelaufen. Und ist so ein bisschen wie so ein Gummiband. Also ich denke mal, mal schauen. Es ist ja nicht so, dass man da eben dann blind zugreift. Aber am Ende ist es auch wieder nur ein Versuch, den man da sich vielleicht mal gönnt oder zwei, einfach mal zu schauen, okay, der Rückläufer zumindest vielleicht in den 8. Öffnungskursbereich wäre möglich. Muss ich nochmal gucken, jetzt habe ich hier meine Kamera hier davor. Das würde bedeuten, wir würden aus der 550 nochmal wieder eine 70-Punkte-Chance haben auf der Aufwärtsseite. Würde ich zumindest nicht als unrealistisch betrachten. Und das wäre halt erst mal die Chance. Da muss man gucken, ob es sich überhaupt lohnt, dass man ein vernünftiges CRV bekommt, dass man eine vernünftige Situation bekommt. Darf man auch nicht mit zu großem Risiko dann machen. Also da irgendwie jetzt dann mit 25, 30 oder 35 Punkten zugreifen, weil ich da irgendwie vielleicht, wenn es gut läuft, da irgendwie dem Markt 70 Punkte Chance einräume. Das ist natürlich dann ein bisschen zu viel. Aber das wäre jetzt noch zumindest ein Gedanke, der mir jetzt da kommt. Ich meine, jetzt hier in dieses Momentum reinschorten, ist mir dann auch too much. Das mache ich dann auch ungern, wenn das eben mit Druck so nach unten kommt, da dann reinzugehen. Aber schaut mal, wir haben hier unten wirklich ordentliche Unterstützung, die jetzt hier so lauert mit diesem Schlusskursbereich. Auch nochmal ein Stück weit tiefer. Da kommt so einiges an Unterstützung. Und gerade, wie gesagt, wenn wir mit so Schmackes nach unten kommen, mit Dampf hier nach unten in diese Area, dann denke ich, können wir hier mit diesen ganzen Bereichen, die jetzt hier so lauern, diese Schlusskurse, diese ganze Schiebezonen-Area hier. Und das nicht nur am Freitag und Donnerstag, sondern auch davor haben wir hier schon auf jeden Fall Potenzial. Das war ja, wenn ich jetzt mal zurückspule gedanklich, vor zwei Wochen am Montag, da war ja dieser herbe Abverfall bis 15.048 Punkten. Das war in meiner Erinnerung der einzigste Tag in den letzten Wochen, wo es sich gelohnt hätte, auf so einen starken Move im Stundenchart nochmal eins draufzupacken, nochmal draufzuhauen. So, weil in den ganzen anderen Tagen, selbst am Donnerstag nach dem Amazon-Schock, in Anführungsstrichen, wurde ja dann ab der 440 wieder alles hochgekauft. Und zwar sehr dynamisch. Deswegen, die Wahrscheinlichkeit ist höher, wenn man sich die einzelnen Handelstage mal anschaut, im Stundenchart, dass man nach so einer starken Bewegung einfach versucht, kontra in den Markt reinzukommen. Nicht blind, nicht einfach das fallende Messer aufgreifen oder auf der Oberseite mal draufhauen auf so einen Degen, der da in der Erde steckt, sondern an markanten Marken. Das war auf der Oberseite eben die 15.700. Das könnte auf der Unterseite dann eben die Marken, die du gerade genannt hast, sein. Das bringt statistisch gesehen mehr Punkte als eben noch aufzuspringen, wenn der Markt schon 150 Punkte gelaufen ist. Denn das war nur an einem Tag. Und das ist vor zwei Wochen der Montag gewesen, der Fall und profitabel. Genau. Ich möchte dazu vielleicht mal eins kurz zeigen. Moment halt, das war falsch jetzt. Vier-Stunden-Chart. Dann nehmen wir uns nochmal den Vier-Stunden-Chart hier im DAX. Dann hole ich mir mal einen Kaffee. Wenn du hier in den großen Zeitebenen, das dauert ja immer länger, hol mir mal ganz kurz einen Kaffee. Ich bin gleich wieder da. Hol dir mal einen Kaffee. Und wir müssen immer so ein bisschen unterscheiden zwischen DAX und S&P. Also die beiden Märkte nehme ich da immer so ein bisschen gern zusammen aktuell. Weil einfach, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das seht, meine Kamera sitzt hier irgendwie, ich schiebe den nach unten. Wir haben natürlich an den US-Märkten wirklich in den letzten Wochen einen sehr, sehr sauberen Trend. Wir hatten das anfänglich im DAX auch. Also da hatten wir auch einen relativ sauberen Trend. Aber sind in den letzten Wochen mehrheitlich seitwärts tendierend unterwegs gewesen. Und das, diese Phase hier. Und da reden wir seit Mai davon in etwa. Und da hatten wir Mai, Juni, Juli. Jetzt schon drei Monate, ein Vierteljahr. Wo sich der DAX tendenziell eher seitwärts bewegte. Und das dann eben auch mit teils fallender Volatilität. Und eben mit keiner nennenswerten Trendintensität. Das ist das Wichtige. Anders ist das hier im S&P. Wenn man sich den mal anschaut, und da müsste man jetzt mal schauen, wo haben wir hier Mai? Das ist hier. Ende Mai, also hier. Das ist die Phase hier. Da müssen wir nochmal groß machen. Das ist die Phase, in der der S&P, also das ist der gleiche Zeitraum, da bewegte sich natürlich der S&P sehr, sehr sauber nach oben. Der DAX auf der anderen Seite, der bewegt sich eigentlich nur seitwärts. Und somit kann man natürlich das, was wir jetzt gerade eben besprachen, eben DAX ohne Probleme machen. Weil man muss einfach davon ausgehen, dass ein Markt erst mal die Schwankungsintensität behält, wie er sie aktuell hat. Wenn dann der DAX doch mal mit richtig Schmackes nach oben ausbricht aus dieser kompletten Phase mit merklich neuen Allzeithochs und wirklich starken Trend weiter ausbaut, dann muss man natürlich gucken, okay, baut der jetzt weiter, immer wieder jeden zweiten Tag neue Hochs aus oder jeden Tag, da geht der wirklich in den Trend über. Aber wenn man den DAX so ein bisschen kennt und ich kenne den seit über 20 Jahren, wir haben schon zusammen auf der Schulbank quasi mit dem DAX gesessen, dann weiß man, dass eben der DAX eh ein Markt ist, der nicht in vielen Fällen nicht so richtig schöne, saubere Trends ausbaut. Zwischenzeitlich ja, es gibt auch Phasen, wo der Trend mal da ist oder wo eben auch mal Druck nach oben oder unten da ist. Aber es gibt sehr, 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 sehr viele Phasen. Da bewegt sich der DAX so wie jetzt. Also shoppy, sehr, sehr shoppy, sehr, sehr seitwärts beziehungsweise auch immer mal schärfer zurücklaufend im Trend, als es eben meint anderer Markt tut. Somit ist es eben so in den letzten Tagen, das unterscheidet jetzt allerdings die aktuelle Handelswoche zu den letzten Handelswochen im US-Markt. Im US-Markt war es immer mein Gedanke, da vorsichtig. Vorsichtig eben gegen den Trend zu gehen, gerade was gegen den Aufwärtstrend bedeutet. Also diese aggressiven Shorts eben an bestimmten Punkten ein bisschen vorsichtiger, weil einfach da der Trend da ist. Und Trend bedeutet natürlich, der kann sich ja nur etablieren, wenn er zwischendurch auch mal merklich neue Hochs ausbaut. Und sonst wäre es ja da auch kein Trend. Darum muss man da natürlich ein bisschen aufpassen und im DAX eben schlussendlich nicht. Und ja, das eben nochmal so ein bisschen auch die Begründung in den höheren Zeitebenen, wo man da eben versucht, dann auch die Trendintensität in die Handlung mit einzubauen, als das dann eben schlussendlich einfach nur blind zu machen. Das ist ja definitiv nicht so. Also es ist natürlich, es ist keine Strategie, wie man sie eben ganz gerne hätte, wo man jetzt sagt, okay, man macht das jetzt immer so. Aktuell ist das halt interessant. Und ich würde eben auch aufgrund dessen, dass der DAX halt eben zu shoppy ist, auch genau da unten eben mal schauen, wenn er jetzt mit Volldampf da unten reinläuft, da eben auch mal reinzukaufen. Das wäre eben da definitiv eine Überlegung, die schon definitiv interessant wäre, aus aktueller Sicht. So vielleicht auch nochmal zum Euro, warum das jetzt hier wirklich heute eine aggressive Überlegung war, wenn wir da mal auf den 30-Minuten-Chart gehen. Da sehen wir ja, dass der Markt wirklich sehr, sehr scharf aufwärts tendierend war in den letzten Tagen und entsprechend dort natürlich ein Short jetzt hier. Zwar der Bereich, den ich da herauskristallisiert habe, erst mal nicht so schlecht war, aber die Gegenbewegung, zumindest jetzt aktuell, erst mal nicht kam und ein Long auch wiederum erst hier unten für mich interessant wäre. Also da bin ich ja davon ausgegangen, dass es der Markt eventuell schafft, bis in den Bereich hier runter zu kommen, um dann dort gegebenenfalls entsprechend zu kaufen. So war ja der Kerngedanke, also hier unten dann entsprechend reinzukaufen. Und dafür hätte der Markt ja da hinlaufen müssen. Das wäre ja so der Zielbereich für diese Abwärtsbewegung gewesen. Warten wir es mal ab. Nicht ausgeschlossen, dass wir uns vielleicht jetzt hier vormittags erst mal noch so ein bisschen irgendwie so ein bisschen lang schieben. Hier kommen nochmal so ein paar kleinere nächste Widerstandszonen, dass wir uns hier vielleicht erst mal irgendwie so lang schieben und vielleicht dann sogar zum Nachmittag hin nochmal erst mal so ein bisschen Ernüchterung bekommen. Vielleicht am Nachmittag sogar die Möglichkeit bekommen, hier dann eben unseren Long zu finden und damit dann vielleicht sogar nochmal die Möglichkeit, hier antizypisch Short zu gehen. Ich würde mich jetzt da nicht unbedingt darauf versteifen, dass das nun kommt und dass man nun unbedingt das Ganze so machen muss, aber es wäre zumindest eine Überlegung wert. Ich hatte auch nochmal mir den, da sehe ich gerade, das hatte ich heute Morgen vergessen zu zeigen, im DAX Long oder Short, hatte hier heute Morgen in meiner Marktvorbereitung nochmal für das britische Fund mir ein Signal zurechtgelegt, welches ich dann an meinem Team auch weitergab. Hier ganz klassisch, das ist ein klassisches trendfolgendes Setup gewesen. Wir sind im 30-Minuten-Chart und man sieht hier ganz eindeutig, dass das britische Fund wirklich sehr, sehr klar in einer Aufwärtstendenz aktuell sich befindet und dass wir eben in sehr, sehr sauberen Schwingen aufwärts tendieren. Und jetzt hatten wir hier oben so ein bisschen Ernüchterung, Markt kam so ein bisschen höher, kam runter, gab hier dann quasi einen Strukturbruch. Und nun stellt sich die große Frage, löst sich das Ganze in Richtung Short auf? Also sehen wir jetzt quasi vielleicht den ersten Short-Schwung, Erholung, Short und dreht sich das Ganze nach unten? Oder war es halt hier wirklich nur ein kleiner Fehlbruch und das Ganze löst sich nach oben wieder auf? Kein Mensch weiß, was kommt. Der Gedanke ist jetzt hier, wenn man so eine Schiebezone hat und jetzt sagt, okay, gehen wir erstmal davon aus, im ersten Zuge, dass die Aufwärtstendenz hier gegebenenfalls weiter Bestand hat und dann quasi hier auch das Ganze sich weiter gen Norden auflöst, dann ist natürlich der Einstieg hier unten erstmal per se gar nicht so schlecht. Dann haben wir natürlich einen sehr, sehr interessanten Kauf-Trigger. Jetzt kann man sich überlegen, wie sollte man hier mit den Stops arbeiten und wer da weiß, wie ich aktuell agiere aufgrund auch der geringeren Volatilitäten, weiß, dass ich eigentlich dann den Stop hier unten in der Regel fast als viel zu weit empfinde, wobei das jetzt in diesem Maße noch ging fast, weil die Range relativ eng war, aber sich dann hier, wenn man mal ganz genau hinschaut, in dieser Range sogar noch ein kleines, eine kleine Möglichkeit ergab, den Stop geringer zu setzen oder zumindest dann eben dort entsprechend auszuscalen, wenn der Markt eben nach unten kommt und eben das Ganze nicht so zeigt, wie man möchte. Und jetzt dann erstmal, dass die Minimumbewegung kommt und zwar der Test dieser alten Tiefs. Das kommt sehr, sehr häufig. Das, was jetzt schon passiert ist, kommt sehr, sehr häufig, dass der Markt wenigstens nochmal an diese alten Tiefs rangeht. Dann müssen wir mal gucken, wie sich der Markt entscheidet und dass man dann in diesem Zuge, wenn das passiert, seht ihr, dann haben wir hier, das ist quasi das Risiko und das ist entsprechend die Chance. Da seht ihr, da ist schon mehr oder weniger ein 1 zu 1 abgearbeitet. Dann kann man schon Trade-Management betreiben, man kann den Stopp nachziehen. Man hat ihn vielleicht sogar schon auf Break-Even, wobei ich da noch ein bisschen vorsichtig wäre, aber vielleicht wenigstens auf Break-Even. Man arbeitet sich wenigstens eine Chance hier an dieser Stelle, okay, man arbeitet sich wenigstens an dieser Stelle dann eine Möglichkeit, wenn es gut läuft, dass man gutes Geld verdient und wenn es halt nicht so läuft, wenn man sich es vorstellt, dass man Break-Even rausfliegt und in wenigen, ganz wenigen Fällen, wenn man solche Setups hat, dass man eben wirklich mit einem initial Risiko rausfliegt. Aber selbst das wäre ja nicht so schlimm. Und das war so ein Gedanke, den ich heute Morgen hier noch als Setup irgendwo gefunden habe. Und ja, da müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze entsprechend entwickelt. So, Gold, da sprechen wir heute Nachmittag drüber, denke ich, da brauchen wir jetzt nicht großartig das Ganze nochmal aufdröseln, weil da passiert von mir aus jetzt am Vormittag eh nichts, sondern erst dann frühestens ab 15.30, 16 Uhr am Montag. Da sind wir in der Unterstützung drin. Hier könnten wir durch aus Long laufen, aber ja, wie gesagt, da warte ich erstmal noch ab, lasse mir die Informationen des Marktes dann auch so ein bisschen zukommen und entscheide mich dann, wie es da weitergeht. DAX, ja, wenn er sich jetzt hier unten fängt, ich meine, er hat jetzt natürlich nochmal so kleinere Tiefzonen aus der Nacht hier abgearbeitet, aber ja, man kann natürlich dann auch schauen, das ist jetzt auch nicht so verkehrt, selbst wenn man hier mit dem Heike in Aschischart arbeitet und sich sagt, naja, ich kaufe da einfach mal immer rein, immer mit dem kleinen Risiko, mit dem Gedanken, vielleicht drehen wir ja schon vorher, dann wird man früher oder später zwar merken, dass das in vielen Fällen nicht so viel Sinn macht, aber hier kam dann ein Signal, dann wäre hier irgendwo der Einstieg gewesen, das ist das Risiko und dann waren wir hier schon mal 2R vorne, bedeutet Risiko, ja, ganz knappe Minus oder eben schlussendlich auf Break-Even, nächste Tief ausgebaut, wieder aus der Vergangenheit, ein paar Tiefs rausgeholt, nochmal Kauf, Stop relativ eng, wieder 1, 2R vorne und jetzt dreht der Markt vielleicht wieder nach unten weg, auch wieder den Stop relativ eng nachgezogen, also man kann das natürlich auch noch aggressiver versuchen, das ist jetzt nicht so meins, also nur jedes Signal irgendwie fast blind hier zu nutzen, aber ihr seht, dass das Ganze erstmal schlussendlich gar nicht so schlecht ist und vor allem, wenn man mit dem Trend geht, dann kriegt man auch mitunter hier auch nochmal recht gute Einstiege. JFT, just fair and direct.